Hallo, 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 willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Server 32 startet Freitagmorgen 15 Uhr. Geht es los mit dem Livestream, das ganze Live-Übertrag. Ab 16 Uhr startet der Server, das ist der 4.4.2014. Was für ein legendäres Datum. Feed, Server 32 startet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ab 15 Uhr Livestream auf twitch.tv slash zuschauer99. Oh, wie das ein geiles Event, Leute. Server 32, wir haben alle drauf gewartet. Ziemlich früh, egal, wir starten. 15 Uhr Livestream Freitag. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und weitere Informationen, und zwar gab es ja, beziehungsweise, ihr könnt ja nochmal draufklicken, hier, da sehen wir hier ein Bild, hier, zack, bumm, da ist es doch. Und zwar steht hier, Server 32 startet. Am morgigen Freitag um 16 Uhr wird Welt 32 starten. Die URL, bla bla bla, beacht, bla bla bla. Und das Coole daran ist, es wird ein Gold-Event geben. Das bedeutet, das wird sehr, sehr krass werden. Heute um 15.29 Uhr, das heißt, am 3.4. wurde erst geschrieben. Und, Gold-Event ist sehr, sehr krass, weil dadurch kann man die Gilden gut ausbauen. Also, das wird sehr, sehr geil. Und natürlich, nice, ich hoffe, ihr seid dabei. Livestream. Und noch eine weitere Information, und zwar, es gab ja ein wunderbares Livestream-Challenge. Episches, super, also ein Livestream-Challenge, wo Leute mitgemacht haben. Wir hatten fünf Gewinner. Davon sind leider zwei ja zur Zeit weg. Der Leon live und der Jabba-Nook. Einer hat geschummelt. Ich sag gar nicht den Namen. Einer hat sich nicht genannt, beziehungsweise nicht gemeldet. Der Martin forever. Ich bin ein Baum. Ich sehe übrigens die Waffen. Was ist überhaupt da passiert bei der Challenge? Die Challenge war ganz einfach. Wer am Ende nach, ich glaube es Start war, Freitag 20 Uhr bis Samstag 22 Uhr, und wer am Ende, ohne Pilze auszugeben natürlich, durfte man nicht. Wer am Ende die höchste, den höchsten Durchschnittsschaden hatte, hat gewonnen. Alle hatten hier 72, mehr gab es auch nicht. Mehr konnte man nicht erreichen. Und die drei haben sich halt gemeldet, durfte reinschauen. Und die drei haben auch nicht gepilzt. Und die drei haben gewonnen. Martin forever, ich bin ein Baum. Und der Iron, den er nicht kenne so, weil ich nicht aussprechen kann. Die drei Kollegen melden sich bitte nochmal bei mir über Twitch und schreiben ihm ihre E-Mail-Adresse. Oder, ne, ich mache es so. Ich schicke die PacefK kurz, wenn dann alle drei hier eine 10-Euro-PSC gewonnen von mir. Denn ich bin ja so, ich bitte euch. Das heißt, alle drei bekommen eine 10-Euro-PSC. Die werde ich dann über Twitch an euch senden. Das kann aber noch ein paar Tage dauern. Also spätestens dann Montag bekommt ihr die. Weil ich noch PacefK-Karts kaufen muss. Habe halt jetzt nur eine rumliegen. Und das ist blöd, ich will alle gleichzeitig eine geben. Ihr bekommt die zu 100%, spätestens Montag. Also nicht jetzt hier rumweilen. Ich brauche sie jetzt unbedingt. Also ich bekomme die auf jeden Fall wegen des Sagt Leon live. Und der Jabba-Nook haben, einer hat sie nicht gemeldet. Der andere hat natürlich ein bisschen geschubbelt. Deswegen haben die leider nicht gewonnen. Ich bedanke mich natürlich allen anderen Leuten, die mitgemacht haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir das mal wieder machen. Dadurch, dass Server 32 jetzt startet, werden wir keine Challenge machen. Sondern halt beim nächsten Mal werde ich mir das überlegen. Eine andere Homepage basteln. Eine, die auch läuft, wo der Webspace nicht abkackt und so weiter. Damit das Ganze auch vernünftig rüberläuft. Wie gesagt, also morgen ab 15 Uhr nachmittags gibt es dann den Livestream. Server 32. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir werden zusammen Spaß haben. Und ich warte auf euch. Bis dahin. Ich bin der Lars. Und ich sage Tschüss. Server 32. Twitch.tv. Slash Zuschauer190. Link auch in der Beschreibung. Tschüss. Nice.